Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skatgeschichte. Diese spielt am letzten Samstag beim ISPA Bundesligaspieltag der Gruppe Nord, der letzte Spieltag der Saison übrigens. Ich war dabei und habe viele interessante und spannende Partien mitgespielt und auch gesehen. Mein Tageshighlight habe ich hier schon mal aufgelegt und zwar diesmal mit komplett offenen Karten, dass wir wirklich mal alle Gedanken und Spielzüge von Grund auf durchsprechen können. Sehr interessante Partie, Hinterhand hatte ein sehr starkes Spielkreuz mit 2,6 Trümpfe mit Pik A10 Dame an der Seite, was er natürlich noch nicht wusste war, dass er sich hier gegen fünf Trümpfe verteidigen musste und auch nur einen Pik, also ob er dieses Spiel wohl irgendwie gewinnen konnte? Bevor wir dazu kommen, möchte ich aus gegebenem Anlass noch einmal kurz auf meine Patreon-Seite hinweisen. Das ist die Möglichkeit, wo ihr meinen Kanal mit einem kleinen monatlichen Obolus unterstützen könnt. Aus gegebenem Anlass deswegen, weil ich gerade wieder gefragt wurde, Daniel, warum sollte ich dir denn überhaupt Geld geben für die Videos? Du machst sie doch sowieso. Naja, stimmt gewissermaßen. Es ist aber schon nett, wenn ihr mir den Rücken ein wenig frei haltet, denn es kostet unglaublich viel Zeit und Kraft und Energie und die gebe ich gerne für euch. Ich mache aber hier die Videos schon für eine sehr kleine Zielgruppe und ich gebe alles, was ich weiß, ich gebe alles, was ich habe. Ich lasse euch hier in mein Wohnzimmer, lasse euch teilhaben. Da finde ich es schon angemessen, wenn ihr diese Videos regelmäßig schaut, wenn ihr da euren Spaß dran habt, wenn ihr auch was dabei lernt, dass ihr mich hier ein wenig unterstützt. Ich gebe euch auch hier noch einen kleinen Anreiz für 5 Dollar. Wisst ihr ja, seht ihr euren Namen in meinen Videos. Das heißt, dann seid ihr jeder ein kleiner Kultur-Mizzen. Was aber noch dazu kommt, ist, dass ich das Geld ja nicht jetzt nur einfach auf den Kopf haue, sondern zum Beispiel auch in Fortbildung und Equipment hier investiere. Also schaut euch nochmal meine ersten Videos an vor anderthalb Jahren. Das ist kein Wiedererkennen. Das heißt, die Qualität steigt auch. Und dann habe ich hier auch noch Ziele definiert. Also im Moment habe ich 21 Unterstützer. Bei 25 Unterstützern werde ich mir ein neues, besseres Mikrofon leisten. Das Blue Yeti USB-Mikrofon, das eine sehr gute Bewertung hat. Dann sollte sich die Soundqualität nochmal verbessern. Also nur noch vier Unterstützer. Da könnt ihr dabei sein. Helft doch mal mit. Und das nächste Ziel bei 50 Unterstützern. Das müsste doch auch machbar sein bei über dreieinhalbtausend Abonnenten. Dann werde ich mal meinen in die Jahre gekommenen Monitor austauschen, der hier immer rumzickt. Dann kann die Videoqualität auch noch besser werden. Und vor allen Dingen die Herstellung der Videos wird dann für mich ein wenig einfacher. Und ja, so haben wir hoffentlich dann alle was davon. Das also dazu. Warum solltet ihr mich hier auf Patreon unterstützen? Ja, einfach, weil ihr es könnt und weil wir alle was davon haben. Dann kommen wir jetzt mal zu der anvisierten Partie. Ich hatte das Spiel gegeben. Es war übrigens auch eine ziemlich starke Gruppe. In Vorhand saß Heinz Lang von den Elbeassen. In Hinterhand Gerd Wolter von Winsen. Beides Hamburger Urgesteine der Skat-Szene. Sehr erfahrene und starke Spieler. Den jungen Mann in Mittelhand, den kannte ich noch nicht so gut. So, Heinz hatte jetzt das Ausspiel. Er spielt gegen den Kreuz, wo er sicher große Hoffnung hat, mit gar keinem Trumpf und drei Vollen. Hier soll er nun das Spiel eröffnen. Karo Fünferlänge. Sicher nicht so eine gute Idee. Entweder er verbrennt da einen Trumpf vollen Unnötig oder erlaubt einen günstigen Abwurf. Herzast Lusche. Auch noch nicht so genau zu erkennen, ob der Alleinspiel vielleicht dann in der Herz 10 zu dritt steht. Also, ich denke, die stärkste Eröffnung, die hat Heinz auch gespielt, ist hier die Pik Lusche. Da kannst du am wenigsten mit kaputt machen. Selbst wenn dein Partner dann mit der 10 rauf muss, weil sie blank ist oder einfach bestellt hat, macht dafür der König den Stich. Und insofern eine ganz solide Eröffnung. Pik Lusche hier von seinem Partner. Und jetzt hier die erste Überraschung. Gerd hat ja hier die Chance, mit der Dame zu schnibbeln. Und mich hätte diese Dame ganz sicher angelacht, wo er eben so Trumpfstark ist mit 2, denn danach kann er sich sicher gegen 3 oder auch 4 Trümpfe problemlos wehren. Aber da ist dann vielleicht irgendwie schon dieser Riecher gewesen, dieser Instinkt, der mir vielleicht an der Stelle abgegangen wäre. Als ob er geahnt hätte, dass er hier gegen 5 Trumpf spielt und sonst seine Vollen nicht zu retten sind, geht er hier tatsächlich mit dem Ast drauf. Meistens wird das eben auch nichts kaputt machen, dass er jetzt noch einen weiteren Stich abgibt. Denn jetzt kann er sich erstmal ganz locker einen Trumpf unter Durchzug erlauben. Und wenn da dann in Mittelhand eben käme, wenn dann von hier Pik König käme, ja dann ist die Dame auch hoch und hinten wird ein Trumpf verstochen. Also alles halb so wild. Jetzt gab es natürlich das Böse über Erwachen, denn es war gar kein Trumpf hier und es wurde direkt das Krawass geschmiert. Natürlich Mitnahme Trumpf Ass. Die ersten 22 Augen sind im Sack. Und der Spieler jetzt hier muss natürlich das Spiel fortsetzen. Die Spieleröffnung, wenn man so will, ist ja schon abgeschlossen, denn er hat schon sehr viel Informationen. Er kennt schon den 6-Trümpfer mit dem Pik Ass. Er weiß, dass Krawass bei seinem Partner ist. Nichtsdestotrotz, er muss jetzt eine Fortsetzung finden und ich denke, Krawo König ist hier die offensichtliche Fortsetzung, wo das Krawass gefallen ist. Da kann er ruhig dem Spieler erlauben, im Zweifel einmal einzustechen und den Trumpfgleichstand zu erreichen. Er hat trotzdem mutmaßlich noch die beiden Trumpfstiche im Blatt, gerade wo er eben auch Pik stechen kann. Wäre das kein Problem, Herz zu öffnen? Gut, kannst du auch spielen. Du weißt aber natürlich noch nicht genau, ob der Alleinspieler vielleicht neben dem blanken Pik Ass ein Drilling in Herz hat mit dem Ass. Da gibst du ihm dann gegebenenfalls unnötig die Chance zu schnippeln. Ja, der Spieler entschied sich jetzt aber doch für Herz und gut, im Nachhinein sieht das zumindest ein bisschen dusselig aus, dass er nun gerade auf dieser einen Fehlkarte, die Gerd mitbedienen muss, seine niedrigste Karte gespielt hat. Er hat also nur eine Lusche, nicht mal das Bild. Klar, mit offenen Karten hätte er auch die Zehen auf dem Tisch ballern können, aber das ist natürlich nicht der Fall. So, in Hinterhand, Heinz nahm raus das Herz Ass, das ist sicher absolut korrekt, nicht auf den eigenen Mann schnippeln, schon gar nicht, wenn du selbst keinen Trumpf hast und der Volle dann da brennt. Und jetzt hat er eben mit der Herz 7 auch ein gutes Nachspiel. Und hier haben wir jetzt schon die erste Schlüsselsituation im Spiel. Hier der Trumpfstarke Mann in Mittelhand sollte sich jetzt natürlich mal überlegen, wie realistisch es ist und welche Verteilung es überhaupt gibt, in der der Alleinspieler mit diesen 6 Trümpfen und dem Pik Ass, was er gleich auf 7 und 8 rausgenommen hat, jetzt in dem einfach bestellten Herz König sitzt. Also, mir fällt da ehrlich gesagt keine plausible Konstellation. Ein bestenfalls sowas wie Pik Ass 10 und Herz Lusche König, aber selbst dann ist es wohl eher wahrscheinlich, dass zwei Bilder gedrückt sind und eine Karolusche und eine Herz Lusche gehalten werden. Also der Herz König, der kann an sich so gut wie gar nicht da sein. Dafür würde ich sagen, Herz Dame wäre hier eine bessere Karte gewesen, aber der Spieler ist dann doch mit der 10 rauf, wollte sich vielleicht auch nicht nachsagen lassen, dass er seine Vollen schont. Und wenn dann der Herz König jedoch gesessen hätte, dann sieht das natürlich auch immer richtig dämlich aus, da nicht rauf zu gehen. So eröffnet das Gerd natürlich erstmal wieder eine Chance. Klar musste jetzt erstmal der Herz volle verhaftet werden. Und Gerd kann jetzt natürlich noch gar nicht ganz genau wissen, ob seine Pik 10 läuft oder nicht. Er weiß nur, Trumpf hat er natürlich keine gute Option vorzusetzen. Also wird er selbstverständlich auf Pik wechseln und hoffen, dass die Pik 10 läuft, auch wenn durch die Spieleröffnung und die 5 Trümpfe sicher schon er geahnt haben wird, dass die nicht laufen wird. Er spielt also die Pik 10. Und hier hat jetzt Heinz eine ganz interessante Option. Nachdem die Herz 10 jetzt weg war und seinen Partner gar keinen vollen mehr haben kann, sollte er hier erkennen, oder könnte er erkennen, dass der entscheidende volle oder der letzte volle, den er jetzt noch beeinflussen kann, hier die Karo 10 ist. Den gilt es auf einen Trumpfstich des Partners unterzubringen und um das zu schaffen, wäre es hier eine sehr gute Wahl gewesen, sag ich mal, diesen eigenen Stich Pik König aufzugeben. Auch im Wissen, dass hier die Dame sitzt, hier Pik König legen und dann auf den nachgespielten Herz oder nachgespielten Trumpf die Pik Lusche abtragen, dann hätte er mit Sicherheit auf die Pik Dame die Karo 10 versenken können und damit das Spiel auch entschieden. Man muss allerdings sagen, das ist natürlich ein sehr präziser, sehr genauer Zug, auf den nun ganz wenig Skatspieler überhaupt kommen werden. Heinz hat es hier auch nicht gespielt, er hat hier die Pik 9 gelegt und das war quasi der vorletzte Fehler in diesem Spiel. Den letzten hat jetzt hier der Spieler in Mittelhand wieder gemacht und zwar einen ganz typischen Fehler, den ich durch die Bank bei Neuling und auch bei erfahrenen Spielern sehe. Er will jetzt natürlich die Pik 10 stechen und er weiß natürlich, dass der Alleinspieler noch die beiden Alten hat, deswegen möchte er eben nicht mit der Lusche stechen, sondern weil er dann noch den Bubenstich gegen einen dunklen Jungen verliert, sondern er möchte hier diese zwei Augen sparen und das tut er auch. Er sticht also hier mit dem Buben. Das Problem an diesem Stich ist, dass diese vermeintlich geretteten zwei Augen in Wahrheit vergiftet sind. Er verliert erstens damit die Trumpfdame, also schon mal im direkten Vergleich ein Auge, aber er verliert auch noch einen entscheidenden Stich. Wie wir jetzt sehen, denn nach diesem Stich liegen jetzt ja hier 45 und der Spieler kann jetzt nicht mehr Trumpf weiterspielen. Wenn er mit der Lusche gestochen hätte, könnte er übrigens jetzt auch direkt einen Buben ziehen und damit die Karo 10 quasi sichern, aber auch dann natürlich nur, wenn Heinz hinten mitspielt und irgendwann den Pik König abwirft. So kann er jetzt hier nur eine Fehlfarbe weiterspielen. Der korrekte Zug wäre übrigens jetzt hier die Herzdame gewesen, denn damit kann in Hinterhand Heinz nochmal abschmeißen. Dann wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit gewesen, dass Heinz auf die eingestochene Herzdame seinen Pik König fallen lässt und bei 45 kann dann immer noch der letzte Stich sein. Pik Dame, Karo 10, Bube auf 60. Es wurde jetzt aber hier der Karo König gespielt und der lässt jetzt keine Schein mehr, das Spiel zu gewinnen, denn jetzt muss Heinz natürlich hier bedienen. Und Egeert wird natürlich den Teufel tun, jetzt Trumpf zu ziehen, beziehungsweise einmal von oben könnte er sich theoretisch sogar erlauben. Nein, kann er eben nicht, denn dann gäbe er Heinz nochmal die Möglichkeit, den Pik König abzuwerfen. Er spielt jetzt also direkt die Pik Dame raus. Pik Dame, Pik König und ja, 45 liegen und die höchste C-Karte, die jetzt der Spieler hier zugeben kann, ist die Herzdame auf 55. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass Geert bewusst oder unbewusst, ein bisschen zufällig auch vom Verlauf, hinten in der Trumpfgabel sitzt und alle Reststiche macht. Das heißt, das Spiel mit 65 Augen gewinnt. Wenn der Spieler hier jetzt eben vorher diesen Stich nur mit der Lusche gestochen hätte, statt mit dem Buben, dann läge jetzt dieses Endspiel, sie hätten zwei Augen weniger, also nur 53. Dafür werden sie aber jetzt noch einen Stich machen, in dem mindestens der Bube und die Kreuz Dame reingeht. Und sofern hier noch zwei Zielkarten bei Heinz in Vorhang sitzen, sobald also eine Karo Lusche gedrückt ist und nicht Karo 10 oder Dame, hätten sie das Spiel eben gewinnen können, nach mit folgendem Zwischenzug. Da hätte Geert sich dann nicht gegen wehren können. Ein glücklicher Sieg hier also für Geert gegen eine extreme Verteilung, aber auch gut gespielt, denn wenn du nur mit Fehlern gewinnen kannst, dann musst du deinen Gegnern auch die Chance geben, diese Fehler zu machen. Das hat Geert hier vorbildlich hinbekommen, von daher herzlichen Glückwunsch dazu. Für euch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, zwei Augen in einem Trumpfstich sparen zu wollen, lieber mit dem Buben stecht, statt mit der Lusche, dann denkt vorher einfach schon mal zwei, drei Stiche nach vorne, ob euch diese Entscheidung nicht später im Spielverlauf noch auf die Füße fallen kann. Dann hoffe ich mal, dass ihr die Partie genauso interessant fandet wie ich, dass ihr auch da noch was wieder mitnehmen konntet. Zum Abschluss gehe ich jetzt hier nochmal einmal auf meine Patreon-Seite und frage euch direkt ins Gesicht, solche Spiele, solche Erkenntnisse, solche Videos, sollten euch die nicht zwei oder auch fünf Dollar im Monat wert sein? Und wenn ihr dann nach sechs bis acht Wochen feststellt, ne, dem will ich es eigentlich doch nicht geben, oder ne, sein Bart gefällt mir nicht, oder ich schaue die Videos gar nicht mehr, oder ihr seid einfach nur klar bei Kasse, das Ding könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder kündigen ohne Vorlauf, das ist gar kein Problem. Wichtig ist, dass ihr einfach erstmal den ersten Schritt macht und einsteigt. Ich freue mich schon auf euch.